Was den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte anbelangt – ich habe auch mit ihm vor wenigen Tagen lange telefoniert –, so sind wir uns vollkommen einig, dass es dringend der Solidarität bedarf, in einer jedenfalls von Europas schwierigsten Stunden, wenn nicht der schwersten, und dass Deutschland auch zu dieser Solidarität bereit ist und verpflichtet ist, sowohl im Blick auf unsere europäischen Partner, aber ich sage Ihnen auch, Deutschland wird es auf Dauer auch nur gut gehen, wenn es Europa gut geht. Das ist meine feste Überzeugung, und das leitet mich.